Gut, wir haben unseren wichtigen USB-Stick wiedergefunden in der letzten Folge und jetzt brauchen wir einen Schlafplatz bei der guten alten MJ. Spider Flirt, let's go, ab nach MJ will ich sagen. Mal sehen, ob sie uns auf jeden Fall verlässt. Vielleicht noch mehr. Und da sind wir. Hm, eine Benachrichtigung. Hm, anscheinend wurde MJ's Story gerade veröffentlicht. Ich werde einen anderen Schlafplatz finden. Sie hat wahrscheinlich zu viel zu tun. Äh. Wenn Harry hier wäre, könnte ich bei ihm reden. Hm, Sprachnachricht für mich. Unterdrückte Nummer. Hallo, Spinne. Lang nicht gesehen. Fehle ich dir? Komm zu der Adresse. Fang mich, wenn du kannst. Oh, oh. Die Stimme kenne ich doch. Äh. Lel. Okay, wir fangen dich mal. Wer ist das? Moin. Hört sich interessant an. Darf ich hin. Let's go. Alle Einheiten. Meldung über Angriff auf gepanzertes Fahrzeug. Brauchen sofort Einheiten beim Union Square. Klar, geht sofort los. Hallo. Genau, und Jump. Wollen wir jetzt mal die Bad Guys ausschalten? Oh no. Die Dämonen drehen durch. Sie terrorisieren die Stadt. Oh, das ist aber... Hm. Warte mal. Die wird vielleicht doch schon mal gewonnen. Besser ist das. Die Dämonen drehen mir hart auf den Sack. Fahm. Ich krieg mal hier. Ausflatten. Das war ein 619. Eee. Wollen wir jetzt auch so dick zu probieren? Woh. 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 Nein! Nein! Klatsch, klatsch, kakaboom! Ey, ey, oh, da hab ich gefeinnt. Da hab ich gefeinnt. Warte, da haben wir uns jetzt mal den. Und einmal kurz einspinnen, danke dafür. Kaboom! Eyyy, ist so. Ja. Weg mit dir. Boom! Nice Spidey. Sehr schön. Hoffentlich sind wir gut versichert. Hoffe ich auch. Okay, wir wollen zu... ...der Geimus fallen. Äh, hat sich dann gerade wie eine Prostituiert. Hallo, Schatz. Hallo, Spinne. Ich muss oft denken. Wir waren ein gutes Team, oder? Okay. Wir sollten die Funken wieder sprühen lassen. Okay. Black Cat. Sag bloß, sie kundschaftet Orte für Überfälle aus. Sie hat versprochen, damit aufzuhören. Was hat sie sich angesehen? Nein. Ist irgendetwas nicht an seinem Platz? Ich soll etwas finden. Ich muss ganz genau hinsehen. Ich weiß echt nicht, wo ich hin soll. Na los. Sie hat was versteckt. Da. Eine ihrer Katzen. Sie rüstet sie mit Reichweitenvergrößerern aus. Und greift die nächsten Signale ab. Juri soll sie abholen. Oh, sie hat ein Rätsel offen. Alles klar. Können wir den nicht sogar aufbauen? Hey, Juri. Du hast doch noch Black Cats Anzug und Ausrüstung in der Asservatenkammer, oder? Ich glaube schon. Warum? Du hast doch noch Black Cats Anzug und Ausrüstung in der Asservatenkammer, oder? Ist sie wieder da? Kann sein. Sieh nochmal nach und sagt Bescheid, ob ihre Ausrüstung noch da ist. Mach ich. Interessant. Noch mehr Aufgaben. Aber wahrscheinlich auch nur für den Ball was. Hey, May. Du rufst spät an. Was gibt's? Ich dachte, wir wollten heute gemeinsam essen. Oh. Richtig. Tut mir leid, das hab ich vergessen. War ein harter Tag. Wir haben den Zuschuss verloren. Oh, Peter. Das tut mir leid. Außerdem... Bin ich aus meiner Wohnung geflogen. Was? Weißt du, wo du heute Nacht schläfst? Eigentlich... Nein. Nicht so richtig. Es ist mir etwas peinlich, aber... Habt ihr Platz im Asyl? Natürlich. Du kannst ruhig die Couch in meinem Büro benutzen. Danke mich. Yes. Ach guck mal, das sind diese Cats hier. Dann machen wir die Cats hier nochmal. Nur so mal zum Gefühl, damit ihr mal seht. Was es damit auf sich hat. Ihr habt jetzt ja die andere Mission gesehen. Fotos machen. Die Kingpin-Baustellen. Hier diese Forschungsdinger von Oskorb. Machen wir mal ein Cat, damit ihr so ungefähr wisst, worum es auch geht. Damit ihr das mal gesehen habt. Vielleicht auch nicht mal ganz verkehrt, Lisa. Dämonen. Die Dämonen sind schlimmer als Christ es jemals war. Dämonen sind schlimmer als Christ es jemals war. Hauen wir mal erstmal was du schaffst. Festehalten Officer. Die netz schwingende Kavallerie ist da. Ist so. Wie. Loppa. 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 recker die dämonen sind besiegt sie können übernehmen officer abzukehren seien sie vorsichtig officer von denen gibt von dem zu tun noch eine kamera das muss black hat sein bist du eifersüchtig auf meinen anderen das hoffe ich aber ich stehe nicht auf böse jungen wie süß ok also müssen wir da so eine katze finden das ist gar nicht mal so einfach hier die versteckten dinger zu zu finden wenn ich dem nahe bin gebringt man kontroler das fiel ist ja du weißt dass ich dich kriege hier black hat ich kenne ich jetzt auch nicht so also ich kenne wohl zum beispiel von von weiß auch nicht wer die so ist das betroffen komik oi best was sie sind von uns möchte an was er auf jeden fall weiß dass wir im d noch mehr dämonen So war es auch nicht gemeint, ne? Aber nur etwas. Wollen wir mal was aufverschmeißen? So ein Raketenwerfer weckt einen auf. Finde ich auch nicht gerade sehr nett. Boom. Die Dämonen brauchen mal Urlaub oder so. Die sind viel zu angespannt. Alle schon weg. Genau. Wo stehen wir im DLC? Im DLC werden wir, glaube ich, ein wenig mehr mit ihr zu tun haben. Aber wir brauchen natürlich diese Marken hier, schätze ich mal, um Anzüge kaufen zu können. Vielleicht kriegen wir auch einen Anzug, wenn wir, ich sag mal, von diesen Marken alle haben. Noch eine Kamera. Sieht nach Black Cat aus. Interessant, muss ich sagen. Oh, arme Spinne. Du warst sicher enttäuscht, weil ich nicht sauber bleiben konnte. Aber, warum sich mit Perfektion anlegen? Oh, das ist die Kette. Das sieht aus. Ich muss ihr zuvor kommen. Guck mal, da ist ja ein Foto von mir. Ja, wir können auch eine schnelle Reise machen. Finde ich ganz nett. Ich habe jetzt immer noch... Ah, die Interaktion. Cool. Auch nicht schlecht. Wo ist jetzt hier die Cat-Dingals? Ist da. Nehmen wir noch die mit. Und dann können wir uns unsere Mission nochmal... Warte, also ich werde nebenbei diese kleinen Dinger hier machen. Ja, wenn ihr Fragen habt oder Hilfe braucht oder so, dann schreibt es mal in den Kommentaren auf jeden Fall. Die Kameras sind nicht billig. Wenn Felicia knapp bei Kasse ist, warum lässt sie sie dann hier liegen? Hat sie geklaut, Digga. Ich liebe es, wenn du mich jagst, Spinne. Irgendwann darfst du mich auch kriegen, aber heute nicht. Hm, ist die gut oder böse? Man weiß es nicht. Genau, auf jeden Fall, wenn ihr Fragen habt hier zu den King Pit Missionen, also von den Baustellen, oder wenn ihr irgendwie was finden müsst, einen Rucksack, oder diese Katzen hier, weil die sind ja recht schwierig. Also ich werde die nebenbei alle immer machen, auch direkt fertigstellen. Und dann kann ich euch mit Sicherheit die ein oder andere anderen Tipp geben, falls ihr Hilfe braucht. Einfach in die Kommentare schreiben, wer es von euch spielt. Oh, hier begreht wieder mein Dings. Aha, also. Bitteschön. Black Cat führt gern Leute an der Nase herum. Am liebsten mich. Black Cat, ähm, was mir auch aufgefallen ist, bei diesen Katzen sind auch, äh, ich so mal ran hier. Geht nicht ganz, aber da sind diese, ähm, Graffiti von Black Cat. Ist vielleicht noch ne kleine Stütze. Das ist, okay. Das ist, okay. Battery Park. Come in. Dämonen rauben einen Panzerwagen aus. Die suchen wohl langfristiges Kapital. Loll, was ist das denn? Was ist das denn? Habt ihr es gesehen? und dabei. Ja. Wasолж." Was ist das denn eine enthäme Formulierung? Wo却 muss das denn? Für einfacher muss man dann arm punkaffachten. Guck mal der Fall! Toll, alles! Verläubert der Fall war. schnell los! Da此 sagten erca sind, örne Betriek. Ok holen wir uns mal gegen Und da holen wir uns den nächsten Die fetten kann man auch wenn man die Fettigkeiten ausbaut Äh hinterher in die Luft schwingen Äh aha Chaka chaka Die Dämonen brauchen offenbar Kohle Nice Haben wir doch gut gemacht Ja was soll ich sagen Also wir haben schon mal einen kleinen Einblick in der Welt von Black Cat bekommen Ich selber weiß noch nicht so gut oder genau wer sie ist vom Comic her Ähm vielleicht habt ihr noch so ein paar zusätzliche Informationen Aber bitte keine Spoiler zum Spiel her Ich würde sagen wir cutten wieder das Video an dieser Stelle Ähm ich weiß auf jeden Fall beim DLC was am 23. Oktober rauskommt Und dass wir mehr mit Black Cat zu tun haben werden Jetzt würde ich sagen in dem Sinne meine Legends Wollen wir die Terroristen jetzt noch einschlacken Let's go Aber genau wie ich guck mir Ich guck jetzt immer gerne auf Feuer was ich da Fünf Objekte ziele 20 Treffer in der Luft Dann kommt mal Zusatzmarken Solltet ihr vorher vielleicht auch nochmal gucken dann Äh dann werde ich äh Nach den Terroristen Die Dämonen sind schlimmer als Fisk Es jemals war Äh 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 Mann, das ärgert mich jetzt. Das waren wichtige Marken, aber die werden jetzt wohl immer häufiger auftreten. Die nerven mir auch mittlerweile ein wenig, und sie können es nicht bestehen. Guck meine Möbel Legends, meine lieben Marvel-Helden. Ladies and Gentlemen, über mir ist... Einmal ein Labo da lassen, wenn ihr wollt. Ist für euch zum Vorteil. Aktiviert die Glocke für die nächsten Livestreams. Ich hau immer gerne coole Gewinne raus, vor allen Dingen für Fortnite. Ein paar V-Bucks, Amazon Cards, könnt ihr euch dann im Wert von Battle Pass, ich sag mal, wünschen. Ist so ein normaler Gehebe bei mir. Oder andere Sachen, was euch vorhin gesagt wird, wie zum Beispiel größere Events. Was ich mit meinen Moderatoren für euch ausklammüser. Ja, dann auf der Seite, oder auf der anderen Seite von mir, das, oder eine der letzten Videos. Bis dahin, euer Chromizos. Ja, dann geht's. Ja, dann geht's.